Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Der Zentralrat der Juden in Deutschland sieht auch nach dem Anschlag von Kopenhagen keinen Anlass für Juden, wegen Terrorgefahr aus der Bundesrepublik zu fliehen. Zentralratspräsident Schuster erklärte, er halte jüdisches Leben in Deutschland weiterhin für möglich. Voraussetzung sei allerdings, dass jüdische Einrichtungen gut geschützt werden. Israels Premierminister Netanyahu hatte infolge des Anschlags in Dänemark erneut zur Auswanderung in den jüdischen Staat aufgerufen. Der israelische Seniorenminister Uri Orbach ist tot. Er starb am Montag im Alter von 54 Jahren in Jerusalem an einer seltenen Blutkrankheit. Orbach gehörte der Partei Jüdisches Haus an. Deren Vorsitzender, Wirtschaftsminister Bennett, würdigte den Verstorbenen als Mann mit einem großen jüdischen Geist. Er habe seine Standpunkte mit Langmut und Charme vertreten. Israels Militär muss angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen entschlossener und anspruchsvoller auftreten. Das hat der neue Generalstabschef Gadi Eisenkott am Montag bei seiner Amtsübernahme in Jerusalem erklärt. Der 54-Jährige sagte, der nahe Osten verändere sein Gesicht und werde unkenntlich. Eisenkott tritt die Nachfolge von Benny Gans an, der nach vierjähriger Amtszeit in den Ruhestand geht. Rund 1000 britische Künstler haben sich einem kulturellen Boykott gegen Israel verpflichtet. Sie wollen damit nach eigenen Angaben den palästinensischen Freiheitskampf unterstützen. Die Künstler wollen weder berufliche Einladungen nach Israel annehmen, noch die Finanzierung durch Einrichtungen, die mit der israelischen Regierung zusammenarbeiten. Auch jüdische Künstler beteiligen sich. Aus der Musikszene haben sich unter anderem Roger Waters und Richard Ashcroft dem kulturellen Boykott angeschlossen. Hobbytaucher haben im antiken Mittelmeerhafen von Caesarea den bisher größten Goldschatz der israelischen Geschichte entdeckt. Die etwa 2000 Münzen stammen aus der Zeit der Fatimiden, die vom 10. bis 12. Jahrhundert in der Region herrschten. Der gesamte Fund wiege etwa 9 Kilogramm und sei von unschätzbarem Wert, heißt es von der israelischen Altertumsbehörde. Experten gehen davon aus, dass die jüngsten Winterstürme den Schatz am Meeresboden freigelegt haben. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen. Das war Israel Netz TV für diese Woche wieder zu den nächsten Mal. Vielen Dank.